Tag 7 Der J-Splatter Exploitation Trash Week Ja und zugleich ist es das Finale, das großartige Finale, das Ende dieser wunderbaren, geschmacklosen, mit Körperflüssigkeiten nur so aufgefüllten Themenwoche Und zum Schluss habe ich mir ein waschechtes Brett rausgesucht, ein Film der ein waschechter Arschtritt ist und zwar Zombie Ass, Toilet of the Dead Allein diese Anspielung, Day of the Dead wird zu Toilet of the Dead oder vielleicht hätte man auch The Evil Dead in The Evil Locus umwandeln können Dahinter steckt Noboru Iguchi, der natürlich verantwortlich ist für den Wahnsinn in anderen Filmen wie The Machine Girl oder den nicht sonderlich guten Robo Geisha Und naja, worum geht es hier? Es geht hier um ein Klo irgendwo im Wald Hm, das weckt natürlich Erinnerungen an eben Sam Raimi's The Evil Dead Und ein paar Jugendliche verirren sich dort, vor allem sehr gut gebaute junge Mädchen Und natürlich haben die auch Bedürfnisse und müssen auch mal eine Wurst abseilen Das Problem ist nur, dass eben in diesem Klo irgendwelche Parasiten hausen, die in die Körper reinschlüpfen Einem wachsen dann Tentakel aus dem Allerwertesten und sie sich der Körper bemächtigen Man hat dann extreme Probleme, man hat Flatulenzen ohne Ende und durch diese fast schon mega giftigen Rauchschwaden Erwachen dann auch noch Zombies, die sich rund um das Gebiet dieser Latrine befinden Und somit haben unsere jungen Frauen und die paar debilen Dödel, die dabei sind, extreme Probleme Mitmischen tut natürlich auch noch der Trottel vom Dienst und ein brillanter Wissenschaftler Der mehr über die Kackparasiten herausfinden will Und der Film ist wirklich gewürzt mit einer gar nicht vorhandenen Story Mit fragwürdig sehr erotischen Momenten Wenn zum Beispiel eine Zombiehand aus eben jenem Glokus kommt um eine Frau, die gerade eben ihr Geschäft gemacht hat an den Arsch zu langen Und wow, da fasst man sich regelrecht an den Kopf Und der Film, der schafft es immer wieder gewisse Dinge einfach zu toppen Und natürlich haben wir auch wieder hier eine Heldin am Start Megumi heißt sie, die später mit ihrem eigenen Forzantrieb in die Lüfte steigt Um es eben mit dem super duper mega Scheißhausmonster aufzunehmen Im wahrsten Sinne des Wortes Das muss man einfach gesehen haben Und der Film ist wirklich so grotesk Er ist übertrieben Er ist ja comichaft ohne Ende Man kann ihn wirklich nicht ernst nehmen Und er ist wirklich der perfekte Partyfilm Und toppt alles andere, was ich in den zuvorletzten Filmen besprochen habe Und das ist das Schöne Es geht irgendwie aufwärts Auch wenn der Film wirklich wieder extremst dilettantisch gemacht ist Das Overacting der Darsteller natürlich hier wieder alle Grenzen sprengt Aber es macht Spaß Weil das, was die Darsteller da auf der Leitmatt machen Überträgt sich auch automatisch auf den Zuschauer Und man kann wirklich gute 80 Minuten einfach nur seinen Spaß haben Im wahrsten Sinne des Wortes Und das Ganze natürlich ist dann mit einigen recht expliziten Splatter-Einlagen gewürzt Beziehungsprobleme werden auch auf dem Klo mal kurz an besprochen Bis einem die Ommel wegplatzt Und ja, Zombie-S ist der absolute Arschtritt Im wahrsten Sinne des Wortes Und bekommt daher auf dem Blödsinn-Punktebarometer Gute 9 von 10 Punkten Eine waschechte Nicht-Empfehlung Für euch alle da draußen Vor allem, wenn ihr Fäkalienfilme sehr mögt Ja und Das war es jetzt auch Das grausartige Finale Ähm Und ja, was soll ich sagen Ich bin wirklich sehr zufrieden Wie diese Themenwoche gelaufen ist Und es wird sicherlich nicht die letzte sein Es war eine Art Experiment, wie das Ganze bei euch ankommt Natürlich würden einige, dass sich das fortsetzen Aber sieben Tage reichen absolut Und man kann das irgendwann nochmal wiederholen Aber Äh Irgendwann Hat man auch die Nase voll Und will sich dann nochmal wieder Gradliniger, normaler Filmkost widmen Obwohl die Filme allesamt doch recht viel Spaß gemacht haben Und gerade mal ein Ausfall dabei war Und naja, mit diesen Worten verabschiede ich mich Euer Dr. Wahnsinn Und ja, bis zum nächsten Mal Hier aus der Latrine Bei uns Zellen Solid Eine Die 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 Es gibt eine Werbung! 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 Guys! Das war's für heute. Untertitelung ab 20.00 Uhr